Musik Tina Roland hat in Show einer ausgetanzt Judith Williams punktet mit ihrem langsamen Walzer Erich ist Judith Williams Sexer im Lotto Ingolf Lück begeistert mit seinem Wiener Walzer Roman Lochmanns C-H-A-C-H-A-C-H-A fehlt der Ausdruck Ingolf Lück, es sieht einfacher aus als es ist Roman Lochmann nimmt das Training ernst Thomas Hermanns Überzeugt mit seinem Quick-Step Thomas Hermanns muss mit einem Stuhl tanzen Julia Dietze legt einen sexy C-H-A-C-H-A-C-H-A aufs Parkett bei Jimmy Blue ist alles groß In der ersten Show von Let's Dance präsentieren Schauspieler Jimmy Blue Ochsenknecht und Renata Lohsen einen Quick-Step zu Freedom von Dick Brave Cover George Michael Mit seiner Darbietung bringt er Jurorin Mutsi Mabuse richtig aus dem Konzept Wie Quasimodo und Esmeralda aus der Glöckner von Notre Dame, Jimmy Blue Ochsenknecht und Renata Lohsen haben mit ihrem ersten gemeinsamen Tanz Let's Dance 2018 einige Probleme Das liegt unter anderem an ihrem Größenunterschied Der Schauspieler ist mit seinen 1,92 Meter wesentlich größer als die zierliche Profitänzerin ist Für Joachim Miambi ist das aber keine Entschuldigung Das heißt aber nicht, dass du schlecht tanzen musst, sagt der strenge Juror Die Haltung war wie bei Quasimodo und Esmeralda aus der Glöckner von Notre Dame Mutsi Mabuse fand den Tanz hingegen gar nicht so schlecht Obwohl sie zugegeben muss, das waren zwei verschiedene Welten in einem Tanz Doch als es erneut um die Größe des Schauspielers geht, verliert Mutsi die Konkurrenz Viele Männer, die tanzen, sind nicht so groß Man sieht alles noch größer Als ihr klar wird, was sie da gesagt hat, fängt sie an zu lachen Er hat halt alles lang, Gelächter im Studio Sie bringen mich aus dem Konzept raus, lacht die Jurorin 16 Punkte für Jimmy Blue Ochsenknecht und Renata Lohsen Nun ist eigentlich Jorke González mit seiner Bewertung dran Doch noch immer lacht Mutsi Er hat Spaß gemacht und er hat sich bemüht Für den Juror gab es viele, positive Momente, beim Tanz Joachim Jambi fasst das Juryurteil zusammen Es war alles groß Jimmy Blue Ochsenknecht und Renata Lohsen bekommen von den Juroren 16 Punkte Alle Tänze und Juryurteile in voller Länge Komplette Folgen von Let's Dance gibt's bei TVNOW oder in der TVNOW App Euer Christian